Yeah, äh, Sketch gegen noch so'n Sympathen, ähm, eine Frage, könntest du bitte einreichen? Nicht, dass das irgendwas an dem Ergebnis ändert, aber dann ist es halt nochmal offensichtlicher Yeah, Mentor rappt immer seinen Features nach, nach wem klingt er wohl dieses Mal? Feature doch die ganze Bandbreite, Mentor, dann haben die Sympathen ne zweite Chance mich zu battlen Doch sag mal an jetzt, das ist doch richtig mies, deine Gang macht mit und du bist nicht im Team Dachtest du, du hast alleine Erfolg, oder war's so, dass die dich nicht dabei haben wollten? Nein, Spaß, wär für dich ja anstrengend, denn wenn drei zugegen sind, wem sollst du denn danach rappen? Du klingst im Achtel wie ATP, Viertel wie Raigo, in der Quali hast du kein Feature Letztes Video dunkel, dachte nachts redet voll cool, aber war das gar nicht dacht, das war der Schatten deiner Crew Du denkst, dass du ne Chance hast? Lachhaft, wie willst du mich schlagen, wenn das Original schon Angst hat? Geht weiter hier, ja du fliegst leider raus, Yoko soll Styles kopieren, ja komm und halt dein Maul Sommer, Sonne ey, endlich mit sommerlichen Vibes rappen, mit extra Tropenfeeling, denn Ja, ich darf den sympathen Papagei betteln, denn du bist ein Papagei-Mentor, einfach sinnlos alles nachrattern, ja, denn du bist ein Papagei-Mentor, einfach höhnlos anderen nachplappern Hab recherchiert, deine Rechtschreibung im Achtel ist, ähm, ich würd mal sagen fast richtig Ich korrigier dich, Bulimie junger Mann, schreib mal mit U, aber O ist nah dran Und auf dem Weg zum Textblatt, der sein E krepiert, aber hey, passiert Woran ich merk, dass du ein Geistreicher bist, weil du schreibst, wie du sprichst Aber sag mal, Mentor, gab es da ein Kudorf, keine Schule, ey, bevor ich so ne Scheiße schreibe Hätt ich das gegoogelt, doch vielleicht bist du beschränkt, du trägst da anders, ey, ich weiß nicht, aber mir wär das peinlich 12.10 über Rechtschreibung, ey, ganz krasser Shit, so charakterlos, dass es gleich nichts zum Angreifen gibt und wenn die Gegner schon nach Infos fragen, das heißt doch nicht, dass du krass, sondern vielmehr, dass du langweilig bist Sommersonne, ey, endlich mit sommerlichen Vibes rappen, mit extra Tropenfeeling, denn Ja, ich darf den sympathen Papagei betteln, denn du bist ein Papagei-Mentor, einfach sinnlos alles nachrattern, denn du bist ein Papagei-Mentor, einfach hirnlos anderen nachplappern Erstmal Props an Raigo, ich muss schon sagen, dass es echt gewagt ist, in einer deiner Runden was über musikalisches Talent zu sagen, denn Talent heißt irgendetwas selber schaffen Und auch etwas, das gut klingt, und darum hab ich Talent Ja, du nicht Sommersonne, ey, endlich mit sommerlichen Vibes rappen, mit extra Tropenfeeling, denn Ja, ich darf den sympathen Papagei betteln, denn du bist ein Papagei-Mentor, einfach sinnlos anderen nachplappern Ja, du bist ein Papagei-Mentor, einfach sinnlos anderen nachplappern Ja, du bist ein Papagei-Mentor. Ja, du bist ein Papagei-Mentor. Ja, du bist ein Papagei-Mentor. Ja, du bist ein Papagei-Mentor.